Jetzt geht's wieder. Was soll denn jetzt die Kacke? Erst geht's nicht, aber dann reihenweise. So. Hm, ich glaub, dass die untere Arbeiterschicht auch vorhanden sein muss. Gab ich jetzt mittlerweile. So. Von wo kann ich eigentlich... Ach, von hier kann ich eine Straße ziehen. Das mach ich auch gleich mal. Ich hoffe, es funktioniert. So. Erstmal die Wohnhäuser pflanzen. So, 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 so. Dann kommt hier die Straße lang. Wie immer. Wunderschön. Hier rüber. So. Fertig. Hier noch ein paar Wohnhäuser. So. Aber jetzt müsste es funktionieren hier. Ja, es geht voran. Wie viel brauche ich? 1200. Ah, es könnte klappen. So, aber jetzt. Es gibt's doch nicht. Wieso wollen die nicht, die Arschlöcher? So. 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 Hier noch ein paar hin. Ja, wir können jetzt endlich... Nein, ein Häuschen brauche ich noch so. Eins noch. Ah, geht doch. Ah, Geld stinkt nicht, cool. Na ja, Herausforderung geschafft, auch nicht schlecht. Ich habe eh schon beinahe überall Wohnhäuser reingepflastert. Spiel gespeichert. Oh, schon wieder, cool. Ich spiele auch schon eine hübsche Zeit, würde ich sagen. So. So. Aber jetzt. So. Jetzt geht es aber bald nicht mehr, hä? Ah, ich kann endlich auf tausend... Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Boah. Zeig her. Oh. Da habe ich wohl vergessen, eine Straße zu bauen. Acht Leute noch. Und... Fertig. Oder? Nö. Komm. Oh, Werkzeuge. Ich dürfe mal wieder Werkzeuge produzieren. So. Und zwar schon ein wenig was. So. Hoppala. Habe ich etwa wieder... Kohle-O-Mass produziert. Hoppala. Dann spare ich hier mal die Kosten. Hallo. So. So gemacht. Dann... Können sie mal wieder produzieren. Ein bisschen unübersichtlich gerade. Und die Spielzeit tut sein Übriges. Also ein bisschen Knulle im Hirnwert. Oh, sinkend. Ich brauche Nahrung. Ich brauche Fische. Fische. Na. Hier. Rüben. Weiterung der Operationsphase ist abgeschlossen. Konstruktion von Überwachungsstationen jetzt möglich. Gut. Das ist toll, dass ich jetzt Überwachungsstationen bauen kann. Das war nix. Jetzt habe ich hier... Naja. Egal. Wird schon funktionieren. So. Mache ich hier noch ein Fischfanggebiet her? Sicher ist sicher nicht, dass mir meine Leute hier vom Fleisch fallen. Hä? Okay. Hallo? Verarscht ihr mich jetzt? Kann ich die nur hier bauen? Jetzt glaube ich es aber echt, dass ihr mich verarscht. Ach so. Nicht genug Baumaterial. So. Jetzt muss ich mal gucken. Zehn Werkzeuge. So. Hier kriegt mal einen Baustopp. So. Und natürlich. Diese Häuschen. Kriegt einen Baustopp. Was ich hier mal kurz Werkzeuge bekomme. So. Mal kurz gucken, was ich alles brauche dafür. Aha. Zehn Glas. Zehn Glas. Brauche ich. Ich brauche ich. Schippe ich mal hier runter. Und bringe das hier hin. Meine Glasproduktion. Wo habe ich sie denn? Ach, die habe ich ja abgerissen. Oder? Ja. Könnte ich wieder starten. Habe ich ja wegen Geld, äh, nicht wegen Geld, äh, nicht wegen Geld, wegen Ökobilanz technisch, zerstört. Komm. Zwei noch. Gleich haben wir es. Ja. So. Ewig hat es jetzt gedauert, dass hier mal was vorangeht. Dass ich hier auf die Leute komme. Hilft ja nicht. Ab und zu hat man Pech. Und ihr dürft mal nicht aufsteigen. So. Wo ist es? Mitbestimmung. Die Leute wollen Mitbestimmung. Kongresszentrum. Aha. Interessant. Kriegt ihr aber nicht. Wo ist der Kuchen? So. Da fehlt einiges. Scheiße. War ich ja eher hier noch. Probiere ich eins aus. Interessiert mich jetzt. Hallo, ich drücke doch Plus. Geht doch. So, suche ich mal das Ding heraus. Raus. Muss auf, muss Minenbauplatz erbaut werden. Ach nö. Ja, gute Minenbauplatz. Energieversorgung mangelhaft. War ich noch ein Offshore-Windrad. Fahrrad. So. Habe ich wieder Strom und was? Aha. Oh, es geht ja mit der Ökobilanz. So. Dann lade ich mal ein paar Bauzellen auf. Was brauche ich denn immer für? Äh, sechs Bauzellen. Zehn, zehn, zehn. Mhm. Interessant. Nehme ich ein paar Bauzellen mit. 40 dürfen reichen. Dann brauche ich Glas. So. Holz. Nehme ich auch fruchtig mit. Bauzellen nehme ich doch noch ein Stück mehr mit. So. Handel. Kaufe ich lieber gleich unten ein. Einkauf. Werkzeug. Mein Schiff könnte los tuckern. Oder noch nicht. Ah, jetzt lasse ich noch ein bisschen Werkzeuge produzieren und dann geht's ab nach unten. So. So. Kurz gucken. Es ist immer noch fallend. Habe ich jetzt... Na, ich depp. Wollte hier was zum Fressen hin machen. So. Lassen meine Leute nicht verhungern, aber... Ja, ich vergesse immer. So. Gehen wir mal zwölf Stück mit. Hoppala. Wo fährst du hin? Bleibst du stehen? Hier runter. Yes. Hey. Was ist denn hier jetzt los? Muss ich aber jetzt mal die Ökobilanz hier hinbekommen. So. So. Leider wieder zu wenig Werkzeuge. Wie immer. So. Du bist das falsche Schiff. Wo ist das andere? Da kommt's. So. It's... So. So.